hallo leute und herzlich willkommen beim adventskalender und heute aber dabei black shorts ich bin übrigens hallo leute ich bin lecker genau also guck mal bei ihm vorbei er macht auch richtig geile videos meiner meinung nach und deswegen habe ich dich heute einfach mal eingeladen ja ich hab dich angeschrieben ich finde du hast das echt verdient weil er schon 300 abos ja weil du einfach gute videos machst du hast ja verdient meine aufnahme dabei zu sein von mir haben wir noch nie aufgenommen mg mit einem youtuber eine runde ich glaube ich nicht selber youtube also du bist eigentlich nur bad was spieler oder was kann ich auch ja sky was ist auch geil ja ja nein ich bin heute mal kurs ne übrigen habe ich gar nicht gesagt ja ihr seht ja selber also brauche ich nicht so viel sagen spieler in den live streams manchmal ein live stream spiele ich auch immer gerne kurs vor allem wenn ich viele zuschauer dann gehen sie mich alle weg dann bashen die dich alle weg ne die gehen dann einfach alle ja weil sie das nicht sehen wollen oder sagt das schweizerische doch sagt das bitte doch wir haben vielleicht ein paar schweizer hier in einem video ich weiß nicht ob es stimmt ja sag es trotzdem ich finde es egal scheiß Hure Sono Hure Sono Hure Sono Hure Sono Hure Sono ich wurde mir das gesagt ich bin so absoluter Hype um dieses scheiß Hure Sono das sage ich morgen auch alter so Lehrerin scheiß Hure Sono 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 Check sie eh nicht was bin ich ein Mähdrescher wie ist sie ich bin auch tot oh muss es sein ne ich ich doch nicht oder nicht blaue Bärenbeine dein letztes Video war richtig geil ne mit Christian Lindner ne das war ein kleiner Gag ja ein Insider aber das war trotzdem geil vor allem ich hab bei dem erzählen komplett verkackt ja ja weil du nicht schneidest ich muss mir halt erstmal überlegen was ich über Christian Lindner sage ja ich kenn den nicht mal ok das ist der Typ der Jamaika kaputt gemacht hat oh ist leck bei mir ja geil ja wie immer warte was ist ein Jamaika das wäre die Koalition gewesen die jetzt eigentlich Deutschland regiert hätte ach so jaja ich hab keine Ahnung ich bin ja kein Deutscher er läuft doch nicht so ich bin ja Österreicher Leute ne ja ihr habt ja einen Kurz oder ja genau welcher Partei könnte nochmal nach der Kurz ne ÖVP ne ÖVP ist kurz keine Ahnung ja bei der anderen ist halt so es sind halt viele Parteien es sind drei Parteien so SPÖ ÖVP und FPÖ ja aber dieser Lindner der ist halt auch lustig man kann nicht darüber sagen also ja zum Beispiel irgendwie bei so einem Interview er ist so mit den Grünen das ist auch ne Partei falls ihr nicht weiß ja klar weiß ich das weil er ist in der FDP die sind bei den Grünen und ähm und er sagt so wenn sie aufhören die Unwahrheiten über die FDP zu erzählen höre ich auf die Wahrheiten über die Grünen zu sagen voll gedisst voll gedisst ja ja richtig geil aber das ist auch ein Rhetorik Genie aber jetzt mal weg von Politik warum reden wir gerade über Politik wir sind in einem fucking Minecraft Video ja egal keine Ahnung ok lass über Weihnachten reden ne was bekommst du was bekommst du zu Weihnachten hast ja stimmt ich habe ja dein Video gesehen ne ja ja hätte ich jetzt nicht fragen müssen aber ja trotzdem nicht alle haben dein Video gesehen glaube ich ne ne also meine Zuschauer kennen dich ja gar nicht wahrscheinlich ja vielleicht durch Dago aber ja vielleicht durch Dago ja ist auf jeden Fall ure Sonos ure Sonos jetzt habe ich die Mehrzahl gebildet geht das? darf er das? darf er das? ja nein in der Tat in der Tat ich habe in der ganzen Runde noch nichts geschissen wie viele Kills hast du? neun das ist 6 du bist doch voll der Koast Spieler ja ich spiele es ziemlich selten aber wenn ich spiele dann spiele ich es meistens richtig meistens ja du hast mich ja gerade so gefragt so ja wie wie viel der Platz bist du in TTT ich so 250 ich lasse einfach komplett aus ich bin echt Platz 250 in TTT oder 260 bin mir jetzt nicht sicher aber unter unter 300 auf jeden Fall ja ja oh mein Gott nice sauber er hatte einfach schon den Block abgebaut aber er wurde die ganze Zeit geschlagen deswegen konnte er mich nicht hitten ah da wer ist denn da? wohl noch nicht mehr gesehen ich bin das nein was mache ich? ich bin auch tot ich bin ein bisschen angeschlagen würde ich sagen ja geht oh mein Gott ich werde ähm am Mittwoch mein letztes Video hier hoch äh morgen also also 19. ne ja wir wollten zuerst Jump League spielen aber ich habe ja gestern schon da waren wir alle so scheiße und wir hatten keinen Bock mehr ja Lucky Race habe ich ja schon gebracht mit Astia ja 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 vorhin ja 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 und äh stimmt weil du einen neuen PC bekommst was ist im PC drin? ähm ich bin ja so ein PC Experte ähm Intel i7 7700 7700 ähm k oder ohne k ja wenn du übertakten kannst dann nehmen den k und sonst ohne ist ja egal ich kann ihn nicht übertakten aber wir haben den eh ich auch nicht ist eh schon da echt? was für eine Grafikkarte? ähm 1050 ich habe schon wieder den Core abgebaut Alter bin ich heute kaputt ach ta warum so ein 1050 ti oder? ne einfach nur 1050 was mit dem i7? ja ok wie viel kostet der? ähm äh 1.1 was 1100? alter nicht dein Ernst ja doch und dafür nur eine 1050 bei dem Preis was? ich habe auch noch 16 Gigabyte ja ok aber du hättest schon eine 1060 da rein machen können 1250 Gigabyte HDD und 1TB SSD äh HDD umgekehrt ja ja 1TB SSD ja moin ja die 1050 könnte aber echt ein i7 ausbremsen vielleicht sogar ein bisschen würde ich mal schätzen ja kommt drauf an was willst du denn alles spielen wenn du jetzt GTA spielst dann ist die 1050 eigentlich nicht gut ja ich spiele auch kaum GTA oder solche grafikaufwendigen Spiele ich will eigentlich einfach nur mal irgendwie 60 FPS haben ach du willst nur hohe CPU Leistung haben ja ok dann ja du kannst die Grafikkarte ja so und so dann aufrüsten ja ja ok du aber die 1050 Ti wäre safe drin gewesen ja keine Ahnung bei dem die wäre safe die wäre richtig gut wäre viel besser gewesen weil du weißt schon das ist ein 300 Euro Prozessor mit einer 100 Euro Grafikkarte ja gut aber 16 Gigabyte Rahmen ist zur Zeit relativ teuer ja es hat ne ja es hat ne also 8 Gigabyte achso ok ja 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 die sind relativ teuer ne ne ok ja ich beende mal das Video ne ich habe jetzt ein bisschen noch am Schluss hinten dran bisschen was geredet ne ja ja achso wie ich so ein Livestream ne ja ist so ja ja Livestream halt ich streame ja manchmal vielleicht streame ich zu Weihnachten am 24. aber ich bin mir jetzt grad nicht sicher ob ich das streamen kann ja ich streame das eh ich streame das eh ach du streame zu Weihnachten ja ich streame schon aber halt morgens oder so jetzt ne boah ja vielleicht wenn ich aufstehe ich weiß ja nicht ob ich die Zeit habe am Weihnachtstag ne morgens Weihnachtsstreame ja oder am Abend also ich krieg ne 2TB Festplatte in mein PC rein mhm ja ich krieg ja mein PC erst am ersten Weihnachtsfeiertag deswegen ich hab bis jetzt ein ich hab bis jetzt 1TB und ich hol meine 2TB Platte jetzt noch rein aber hab ich 3TB ja ich nehm so viel auf da brauch ich halt den ganzen Speicher ja 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 ich hab ja jetzt gerade so nen Laptop echt ach welchen Laptop denn boah keine Ahnung ich weiß nur die zwei Komponenten die Grafik hat und den Prozessor ja sag einfach mal ich habe ähm i5 Quatt-Core i5 i421 0u 1,7 GHz okay und ne Geforce 820M also keine gute ja geht ich hab in meinem Laptop ne 840M oder so glaub ich und ne i3 in meinem Laptop ja aber Laptop ich spiel nicht auf meinem Laptop ja ich spiel halt auf meinem Laptop mit einem zweiten Bildschirm deswegen achso ich habe auch zwei Bildschirme ne ja das ist halt relativ geil ne ja ich ich kann halt man kann halt immer schon von dem einen auf den anderen rüber ziehen so das ist immer ganz geil okay ach du ach du baust dein PC aber nicht zusammen oder? ne ne okay ja mein Onkel würde mir das machen wenn ich das machen also ich mein Onkel baut mir alles ein spart man ordentlich Geld ja ja ich weiß schon zusammenbauen ist das geilste was es gibt alter ich hab selber mal eingebaut ne ja aber da ist halt das Risiko dass du eher weniger garantierst so ja wenn man was kaputt macht dann halt ja aber sonst wenn man aufpasst und ja dann halt nicht ne wenn du irgendwas von der Wasserkühlung oder so verkackst dann ist das ja mega scheiße wenn dann alles mit Wasser geflutet ist ja Wasserkühlung braucht also ich würd also ich würd mir in meinem nächsten PC einen Ryzen holen ne Ryzen 5 ja und ja wenn ich mir irgendwann mal ne PC hab dann ist mir das ähm relativ egal was beim Prozessor drin ist also schon was Gutes oder so aber ich will unbedingt mal diesen Be Quiet ähm ähm äh Lüfter haben weil der soll so geil sein ach so ja Be Quiet äh Pure Power ne Rock ne Be Quiet ja Rock ach so Be Quiet Pure Power sind die Netzteile ne die sind auch geil ja Be Quiet Netzteile sind richtig gut ja wie viel Prozent die Anteil haben ich glaub 98% oder so das ist schon fast 80 plus ja 80 plus ja okay das war jetzt wieder zu viel Leute also würde ich schon sagen ja okay war dann war's das mit dem Video Leute ich hoffe es hat euch gefallen und ja dann sehen wir uns bald wieder und ja genau guckt guckt euch bei ihm vorbei und dann würde ich sagen war's das mit dem Video und ja tschüss 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 tschüss